Mein Name ist Thomas Kampen, ich arbeite bei der Firma Bonprix, bin dort zuständig für den Bereich Kundenservice. Bonprix ist einer der führenden deutschen Versandhändler, ein Multi-Channel-Anbieter weltweit in 22 Ländern aktiv mit mehr als einer Milliarde Gesamtumsatz. Auch wir sind vor Jahren jetzt schon mit einem stetig und ständig wachsenden Mail-Aufkommen konfrontiert worden und mussten dort einfach eine professionelle Lösung haben, um dort eben auch entsprechende Effizienz zu gewinnen und haben dann nach einem längeren Auswahlverfahren uns für die Firma Attensity entschieden und setzen eben seitdem das Produkt Attensity Respond bei uns ein. Erfahrungswerte mit dem System sind sehr gut. Wir, wie gesagt, arbeiten seit über zehn Jahren jetzt mit dieser Software und haben das inzwischen auch weltweit auf fast alle unsere Tochterunternehmen ausgeweitet, also auch dort zum Einsatz gebracht und sind rundum zufrieden. Also unsere Mitarbeiter sind auch mit dieser Software sehr zufrieden. Sie ist leicht erlernbar, einfach zu handeln. Wir haben relativ geringe Anlaufzeiten, was das Thema Schulung anbelangt. Also dort Mitarbeiter wirklich produktiv an das System zu bringen, brauchen wir im Regelfall nicht länger als zwei Stunden und erhalten auch, wie gesagt, von der Anwenderseite durchaus nur positives Feedback. Wir sind ja quasi Kunde erster Stunde auch von Attensity, auch wenn sie früher nicht Attensity hießen, aber nichtsdestotrotz sind wir nach wie vor mit der Dienstleistung von Attensity in diesem Umfeld, wo wir sie einsetzen, sehr zufrieden und fühlen uns auch ausgezeichnet betreut. Vielen Dank. Vielen Dank.